Horoskop für heute, WIDA, 7. Oktober 2024 Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Auch wenn Sie aufgrund des Mondes in Ihrem Solarhaus heute eine etwas zurückhaltende Einstellung haben, sind Sie beschäftigt und engagiert. Sie fühlen sich emotional erfüllter, wenn Sie sich etwas widmen, das Ihr Leben bereichert. Im Laufe des Tages kommt ein Merkur-Marsquadrat ins Spiel, das zu geistiger Anspannung oder Überreizung führen kann. Achten Sie auf die Tendenz, zu viel zu schnell tun zu wollen. Es ist etwas zu leicht, gereizt zu werden, und andere können unangenehm oder provozierend wirken. Es kann zu Ego-Konflikten, Missverständnissen und einer allgemeinen Tendenz kommen, voreilige Schlüsse zu ziehen. Während der Wettbewerb Sie motivieren kann, Ihr Spiel zu verbessern, kann es dennoch ratsam sein, Abwehrhaltungen und Ungeduld zu zähmen. Eine leichte Ahnung von Unsicherheit tauchte wahrscheinlich seit gestern auf Ihrem Radar auf. Das liegt daran, dass der mächtige Mars, der Planet des Antriebs, der Aktion und der Energie und Ihr planetarischer Herrscher seine Vorschattenphase begonnen hat. Er wird viele Wochen lang bis kurz vor den Feiertagen langsamer werden. Während er sich hauptsächlich in Ihrem Solarhaus von Heim, Familie und Häuslichkeit hin und her dreht, bemerken Sie möglicherweise, dass Frustration aufkommt, insbesondere wenn Sie mit Ihrem Lebensgefährten zusammenleben oder dies planen. Nutzen Sie jetzt den Tag, bevor die Dinge später im Jahr unglaublich steinig werden. Fühlen Sie sich gereizt? Das ist eine heikle Frage, besonders, da Sie bereits ein so explosives Zeichen sind. Ihre Frustration und Wut könnten sich steigern, wenn die Vorschattenphase für den rückläufigen Mars beginnt. Insbesondere könnten Sie sich über Ihre Work-Life-Balance oder deren Fehlen ärgern. Vielleicht möchten Sie Ihre Arbeit bei der Arbeit lassen, wenn Sie Feierabend machen. Lassen Sie Ihre Sachen auch an der Tür, wenn Sie zur Arbeit kommen. Dies könnte jedoch anders sein. Versuchen Sie, nicht auszurasten, wenn Ihre Work-Life-Balance aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wenn Sie heute Lust auf ein Verwöhnprogramm haben, lohnt es sich, den ganzen Abend bei Schätztoy Your Please zu buchen. Machen Sie nach der Arbeit etwas Sport, damit Ihr Körper wirklich bereit ist für die intensive Verwöhnung, der Sie ihn gleich aussetzen werden. Halten Sie etwas Leichtes zum Essen bereit, das Sie genießen können, während Sie den Abend in Ihrem privaten Spa verbringen. Zünden Sie Kerzen an, lassen Sie ein heißes Bad oder eine heiße Dusche ein. Magnolienöl ist die perfekte Abwechslung für die körperliche und geistige Reinigung. Sind Sie wirklich bereit, mit Leib und Seele zu kämpfen, um den Sieg zu erringen? Wenn ja, sind Sie sicherlich im Einklang mit den Schwingungen des heutigen Tages, denn Sie werden in der Lage sein, ein Projekt zu verwirklichen, das Ihnen am Herzen liegt, oder eine dauerhafte Beziehung aufzubauen, insbesondere in Ihrem Privatleben. Berufliche Verwirklichungen kommen etwas später und hängen von Ihrer Fähigkeit ab, autonom zu sein. Wenn der Mond Ihren Beziehungssektor verlässt und die Auswirkungen des Neumondes von vor zwei Tagen beendet, lösen sich alle intensiven emotionalen Reaktionen oder Belastungen auf, die dies in Ihnen und Ihren Beziehungen verursacht haben könnte. Was bleibt, ist ein neues Verständnis dessen, was Sie sich von Ihren Beziehungen wünschen und was diese von Ihnen verlangen, zusammen mit der Erkenntnis, wie viel Unterstützung Kommunikationsanflüsse bieten. Dies war der einzige Besuch des Mondes während Mercurs Anwesenheit in Ihrem Beziehungssektor und er geschah kurz bevor Jupiter nächste Woche seine rückläufige Bewegung in Ihrem Kommunikationssektor beginnt. Nachdem der Neumond vor zwei Tagen in Ihrem Beziehungssektor den Finsterniseffekt beendet hat, hat der Mond Sie nicht nur emotional beschäftigt, sondern auch mit viel zu erledigendem Stress zurückgelassen. Die letzten Tage haben Ihnen nicht nur die Chance auf einen Neuanfang gegeben, sondern auch alle Probleme ausgeräumt, sondern auch gezeigt, wie viel Unterstützung Sie von den Kommunikationsgöttern erhalten. Täglicher Planetenüberblick Lassen Sie uns einen Moment über diese magischen Raha, Momente sprechen, in denen plötzlich alles an seinen Platz zu fallen scheint, als ob die Antwort die ganze Zeit dargelegen hätte und nur darauf gewartet hätte, dass Sie sie bemerken. Waren Sie schon einmal in einem Teufelskreis des Grübelns gefangen, haben alle möglichen Aspekte abgewogen und die Lösung kam aus heiterem Himmel, wenn Sie es am wenigsten erwarteten? Diese Energie hält der heutige Tag für Sie bereit. Sie werden vielleicht feststellen, dass die Klarheit, nach der Sie gesucht haben, eintrifft, wenn Sie aufhören, so intensiv danach zu suchen. Oft kommen uns die besten Ideen und Erkenntnisse, wenn wir uns einen Moment zahlt nehmen, einfach zu sein. Es ist, als würden Sie versuchen, sich an etwas zu erinnern, und in dem Moment, in dem Sie aufhören, es zu versuchen, schießt Ihnen die Antwort direkt in den Sinn. Denken Sie an eine Zeit zurück, in der bei Ihnen alles Klick gemacht hat, einen Moment, in dem nach langem Überlegen der Weg nach vorne plötzlich kristallklar wurde. Wie hat sich das angefühlt? War es ein Gefühl der Erleichterung, Aufregung oder sogar Überraschung? Teilen Sie Ihre Geschichte. Es ist wahrscheinlich, dass jemand anderes gerade feststeckt, und Ihre Erfahrung könnte die Ermutigung sein, die er braucht. Apropos Herausforderungen, der heutige Tag könnte einige Wendungen mit sich bringen, die Flexibilität von Ihnen erfordern. Betrachten Sie diese Hindernisse jedoch nicht als Straßensperren, sondern als Teil des Prozesses, als Aufgaben, die mit Geduld und Entschlossenheit erledigt werden müssen. Haben Sie sich schon einmal mit einem Plan im Kopf auf den Weg gemacht, nur um dann festzustellen, dass Sie unterwegs Ihren Kurs anpassen mussten? Vielleicht war diese Änderung am Ende das Beste, was passieren konnte. Denken Sie daran, dass der Erfolg nicht immer geradlinig verläuft. Die Lebensreise hat oft Umwege, und das ist völlig in Ordnung. Diese Umwege können reich an Lektionen und unerwarteten Segnungen sein. Wenn Sie jemals einen Rückschlag erlitten haben, der sich später als versteckter Segen herausstellte, teilen Sie ihn mit uns. Ihre Geschichte könnte jemanden inspirieren, der heute vor einer ähnlichen Hürde steht. Manchmal verlieren wir in unserem Eifer, Dinge zu erledigen, die Freude am Prozess. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie so darauf konzentriert waren, Dinge von Ihrer To-Do-Liste abzuhaken, dass Sie vergessen haben, den Weg dorthin zu genießen. Der heutige Tag ist eine Erinnerung daran, Ihr Tempo zu bestimmen und die kleinen Momente auf dem Weg zu genießen. Im Leben geht es nicht nur darum, das Ziel zu erreichen, sondern auch darum, in den Schritten, die Sie dorthin führen, Sinn und Zufriedenheit zu finden. Also atmen Sie durch, erlauben Sie sich, langsamer zu machen und genießen Sie die Fahrt. Haben Sie schon einmal einen dieser Tage erlebt, an denen oberflächlich betrachtet alles in Ordnung zu sein scheint, aber darunter sich etwas einfach nicht richtig anfühlt? Es ist, als wären Ihre Emotionen nicht im Einklang mit der Welt um Sie herum. Damit sind Sie nicht allein. Wir alle erleben solche Momente, und die heutige Planetenkonstellation könnte genau diese Art von Energie hervorrufen. Es kann verwirrend sein, wenn Ihre Emotionen nicht ganz zu Ihren Umständen passen, aber denken. Wir lassen uns hier ein bisschen weiter.